hi da bin ich wieder wir müssen reden es ist was vorgefallen und zwar gestern wo ich das gesagt habe wie man es beim abo da nutzt um sein lieblings wie man zu unterstützen kam ein kommentar der gesagt hat ja man hat es gar nicht gesehen wegen einen überdimensionalen fast kosmischen schädel ich habe gedacht ist das so überdimensional wie hey arnold oder überdimensional wie 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 gibt es noch die arnold blickert wie bei bieber sind battet also ich habe gar nicht wusste was ich machen soll ich habe erst mal so auf den tisch gehauen ich habe auch noch verrutscht ich habe erst mal so auf den tisch gehauen dann habe ich ein festes ziel gehabt ich bin gegangen zur küche habe mir ein eisbecher kult bin in die ecke gegangen und habe erst mal eis gegessen und geholt danach habe ich mir einen strick genommen oder besser marktband und habe erst mal meinen kopf vermessen er war normal kurse jetzt beiseite und wenn ich zeig es doch einmal ja es stimmt das war halt ein bisschen weg mit den chatback machen also ich bin jetzt auf jemanden gegangen zum beispiel auf gameswelt mache auch ganz gute videos und dann habt ihr hier den button den abonnieren aber es geht halt nur beim kunde und ich glaube das hält ein monat und dann könnt ihr noch mal abonnieren wenn ihr wollt also hier geht ihr auf abonnieren und dann auch beim aber nutzen und mit beim abonnieren ja ein monats abo genau da könnt ihr halt schon einen monats abo verschenken und pro monat kann man das immer wieder machen also was habt ihr zu verlieren los geht's nein das war jetzt also wenn euch meine streams gefallen dann lasst mir doch so ein beim abo da wird mich echt freuen und vor allem ihr könnt damit jetzt nicht umsonst das beim abo bei mir nutzt es werden halt im modes freigeschaltet und neue avatare freigeschaltet also diese diese avatare die herumlaufen da könnt ihr da auch neue freischalten die halt nur abo kunden bekommen können ok